Die Schmiede von Eisen gehört zu den ältesten Handwerken der Menschheit. Die Verarbeitung von Eisen ist seit jeher verbunden mit Fortschritt und Wohlstand. Es hatte doch jedes bessere Adelshaus eine eigene Schmiede. Zu den wichtigsten Erzeugnissen haben vor allem Waffen und Werkzeuge gehört. Im Mittelalter hat sich der Beruf vom Kunstschmied herauskristallisiert, in dem verschiedenste Gebrauchsartikel wie Türbeschläge, Kerzenleuchter, Chorgitter und Geländer hergestellt worden sind. Am Ende des 18. Jahrhunderts, in der Rokoko-Zeit, hat der Kunstschmied seine Blütezeit erlebt. Am Anfang des 19. Jahrhunderts ist der Stahlkunstguss aufgekommen und hat den Beruf des Kunstschmieds fast total ausgelöscht. Das Interesse am alten Handwerk ist im 20. Jahrhundert wieder gestiegen und hat den Beruf von Neuem aufleben lassen. Das Feuer in der Esse, der Rambos und der Schmiedehammer sind die wichtigsten Werkzeuge für das Schmieden von Eisen. Das Feuer gibt den Arbeitstakt an. Darum ist es wichtig, dass man einmal gut schaut. Dass man rationell arbeiten kann, sind immer mehrere Werkstücke am Heizen. Eins davon sollte immer gerade richtig warm sein, dass man möglichst nie vor dem Feuer warten muss. Eine bittere Sache ist und die Flamme stärnelt. Dann hat man zu fest eingeheizt und das Werkstück ist verbrennt. Eine alte Arbeitstechnik ist das Lochchen von Eisen. Mit einem kleinen Bohren wird die genaue Position der Lochung bestimmt. Dann wird er im glühigen Zustand mit dem Spaltmeißel gespalten. Damit der Spaltmeißel seine Härte nicht verliert, muss er regelmässig im Wasser abkühlt werden. Mit dem Rundhorn tut man vorlachen, damit der Rechteck-Torn genau positioniert werden kann. Wichtig ist auch das regelmässige Richten nach jedem Arbeitsgang, bevor das Werkstück wieder zurück ins Feuer gelegt wird. Portfolio Mit dem Ripper wird eine feine Verzierung ins Schild gemeisselt. Die Werkzeuge werden alle selber aus Werkzeugstahl hergestellt und gibt es in den verschiedensten Formen und Grössen. Damit das Schild auch eine schöne Bombierung hat, wird es mit einem Kugelhammer in eine Verteufung im Holzstock treiben. Beim Zusammenbau kommt es aus, ob die Abwicklungen der Schnörkel, die man vom Entwurf übernommen hat, stimmen. Es ist wichtig, dass man bei diesem Arbeitsschritt das Objekt als Ganzes betrachtet. So kann es gut sein, dass einige Schnörkel nochmal nachgerichtet werden müssen, damit sie ins Gesamtbild passen. So kann es gut sein. Untertitelung. BR 2018 Dass die verschiedenen Schnörkel auch zusammenheben, wird ein Bundeisen drum gebogen. Früher gab es die verschiedensten Profilierungen, heute muss der Kunstschmied alle Profile selber im Gesenke schmieden. Damit das Grabkreuz auch den Witterungsstand hält, wird es nach der Fertigstellung sangstrahlt, spritzverzinkt und patiniert. Zur Veredelung werden einzelne Verzierungen plattvergoldet. Weil das Blattgold hochdünn ist, kommt es darauf an, wie der Untergrund beschaffen ist. Je nach Wahl der Grundierfarbe hat das Gold einen grünen, gählen oder rötlichen Glanz. Bevor das Blattgold aufgelegt werden kann, wird die Mixion aufgedreht. Das ist wie ein Leim auf Leinölbasis. Dabei ist auf eine gleichmässige Schichtdicke speziell zu achten, sonst kann es passieren, dass Gold in der Mixion versauft und alles matt wird. Ich bin dankbar, einen interessanten und vielseitigen Beruf auszuführen. Und ich hoffe, dass man auch in Zukunft junge Berufsleute für unser Metier begeistern kann. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020